Audio Jumbo Das ist alles kostenlos, ihr wisst Bescheid Heute geht es darum, dass Alexander sein erstes Spiel machen darf Zwar nicht von Anfang an, aber er durfte Und ja, ich wünsche euch einfach viel Spaß mit dem Video Ihr seht es ja selber, Alexander ist sehr zufrieden jetzt gerade Dass er auf jeden Fall Verein gewechselt hat und nicht mehr diesen Druck hat Und ja, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video Wir sehen uns bei der nächsten Folge Peace Tschüss Well, 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 look who it is I heard you all late last night So, war das nicht? You're a good player, but if you keep this up, we've got a problem Mal reden über den Wechsel von Alex Hunter Heute zum ersten Mal im neuen Trikot Da ist Platz Oh, drüber Was für eine Chance Oh, gefährlich Oh, Latte Zur Halbzeit hier alles ausgeglichen L.A. muss aufpassen Super geklärt Schöner Pass Was für eine Parade Den dürfen die eigentlich nicht vergeben Guter Pass, da hat er Platz Das muss mindestens Geld geben Da geht er viel zu hart hin Oh, oh, oh Könnte sich verletzt haben Kommt jetzt Alex Hunter Alex Alex Es ist schon weit Alex Alex Man Die Deine 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 Ja? Ja? Ich habe eine kleine Show-Case. Aber kannst du es tun? 35 Minuten etwa sind es noch. Und jetzt wird hier gewechselt. Hunter wird kommen. Sehr gefährlich. Torhüte ist da. Kein Problem bei diesem Freistoß. Er rettet hier vorerst das Unentschieden. Klasse gemacht. Den Ball leitet er weiter. Wird es jetzt gefährlich. Da steht die Abwehr sicher. Powell. Da haben wir jetzt Platz für L.A. Alex Hunter. Er lässt sich da nicht auf. Und jetzt die Chance. Kein Tor. Das sah eigentlich alles nach der Führung aus. Hier in diesem Spiel. Aber wir müssen weiter aufs erste Tor warten. 20 Minuten zu spielen. Jetzt könnte es gefährlich werden. Giovanni am Ball. Der spielt er gut und jetzt wird es gefährlich. Das macht er stark. Zardes. So, endlich. Tor 1 in diesem Spiel. Lang genug hat es gedauert. Zardes jetzt. Und Hunter. So, was machen sie draus? Stark erarbeitet. Zardes. Der Pass. Sehr ungenau. Wird abgefangen. Dabei brauchen sie so dringend einen Treffer. Toller Pass. Gute Aktion. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Reingabe. Und Hunter. Schlussweb in dieser Partie. Das war's. Ein schöner Sieg für die R.A. Galaxy. Und der Mann, Alex Hunter. Tja, der Neue ist heute torlos geblieben. Aber man muss ihm natürlich auch ein bisschen Zeit geben. Sehe ich ganz genauso, Wolf. Der kann hier viel bewegen. Und der Sieg heute hilft ja schon mal. So ist das. Wenn Mut belohnt wird. Tolle Offensivleistung, Buschi. Ja, Sie haben auch einfach die Spieler dafür. Trotzdem Kompliment, dass Sie immer weiter gemacht haben. Alex Hunter steht jetzt bei mir. Neuzugang der L.A. Galaxy. Alex, schöner Sieg beim Debüt in der MLS. Wie fühlen Sie sich nach diesem ersten Spiel für die Galaxy? Ja, super Gefühl. Die Fans waren wirklich unglaublich. Ich fühle mich hier richtig wohl. Ich bin froh, dass ich die Punkte geholt habe. Auf diesem Ergebnis müssen wir aufbauen. Dann wird's. Was mit den Playoffs. Viel Erfolg damit, Alex. Danke. Danke. Danke.